Dafür jetzt kommt ne richtige Scheiße, Alter. Die Nächsten bitte. Hey. Riechst du das? Absolute Mist, Alter. Zauberer vom Hauptberuf und deswegen würden wir euch gerne einen Zaubertrick zeigen. Lässt ihr euch verschwinden? Leider, nein, leider gar nicht. Dürfen wir loslegen? Ich bin Horst und Furz. Können wir das Handy vielleicht bei euch hier vorne ablegen? Danke, dass ihr auf die Antwort gewartet habt. Wir haben aus einem wunderhübschen Typen ein gruseliges Monster in der Zauber. Zauber, Zauber, Vidibus. Hi. Oh mein Gott. Wow, das war voll lame. Wisst ihr, was der eigentliche Zauber war? Ich kann aus was Weichem was Harten machen. Geh mal ganz kurz drauf. Das war schlecht, aber ich habe sich so viel Mühe gegeben. Der hat mir seinen Schwanz ans Knie gehalten. Ja, ist doch gut. Kommt wieder rein, bitte. Kannst du mir den Sticker einfach hier drauf kleben? Oh mein Gott. Das war jetzt so viel. Aber dafür gibt es einen von mir, Bruder. Ab von ihm. Kann man das posten?